Kriminelle machten sich künstliche Intelligenz zunutze, um ein Deepfake-Video von Miriam Weichselbraun zu erzeugen. Ein Burgenländer tappte dabei in die Online-Falle. Wer im Internet unterwegs ist, weiß, dass dort auch Gefahren lauern. Doch während das Bewusstsein dazu steigt, werden auch die Methoden der Kriminellen immer ausgefeilter. Durch KI-Programme ist es ihnen möglich, täuschend echtwirkende Videos von Prominenten zu erstellen, die User in die Falle locken sollen. Im aktuellsten Fall war ein Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung Opfer der Cyberkriminellen geworden. Er hatte aufgrund eines Werbevideos mit Miriam Weichselbraun eine Investition von über 18.000 Euro getätigt. Den versprochenen Gewinn von 50.000 Euro hat er bis heute nicht erhalten. Für die für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf machen solche Fälle deutlich, dass es dringend schärfere Regeln im KI-Bereich zum Schutz der Verbraucher braucht. Gefordert ist also die Bundesregierung.